Was kriegen? Ah, ich hab nur grad gemeint. Ah nein, eigentlich braucht es so lange. Ich glaub, das tut die Schlucht oben scheißen. Und jetzt kommt die da her. Schauen wir mal, wie man die Kacke da raus holt. So, Leute, hab ich das verfilter Lenklapp nicht gescheit an. Okay, da geht's runter. Unmöglich, das Ding rauszubekommen da. Auch zu zweit nicht? Wenn du dann einen anderen Plan hast, wie... Ich hab keinen Plan mehr jetzt. Ich glaub, das hab ich verschießen. Da geht's jetzt um die Fracht nur. Oder um einen Anhänger auch. Nein, um die Fracht. Könntest du die am Kran lassen, einzeln und einzeln raufbringen nochmal? Mann, das ist das. Hm? Was meinst du? Dass du sie am Kran lässt, ohne zu verladen und mit dem rauffasst. Ja, das ist ja das Problem. Ich krieg's ja nicht an meinem Kran. Das hängt im Wald drin. Ach so. Ach so. Und das geht's ja. Ich kann's nicht verladen, weil ich's nicht... Wollah. Und die Bäume kann man nicht umbiegen, nehme ich an. Mann, hab ich schon probiert. Wollah. Wollah. Da müssen wir halt... ...irgendwann nochmal fahren. Mach's Headset, wenn du magst. Headset? Mach's jetzt nochmal. Mach's jetzt nochmal. Ich mach's jetzt, aber muss trotzdem zweimal fahren. Wieso zweimal? Ja, weil das eine krieg ich. Und da muss ich's zu den anderen holen. Wo abholen jetzt, oder? Eins krieg ich. Eine Stange ist ja frei. Die was am E-KW war. Die krieg ich. Mhm. Aber die vom Anhänger krieg ich nicht mehr. Und die musst du holen quasi. Die müsste ich dann noch holen, ja. Also müsste ich zweimal fahren jetzt. Was ist denn das für eine Fracht? Stahlträger. Kann ich. Ich könnt's ja holen. Dreh ich die drauf auf dem normalen? Ja, oder? Ja, nein. Eine Stahlträger ist ein... ...Platz. Also du brauchst nicht einen Anhänger. Der steht da unten. Was muss ich sagen, ob ich sie mitnehmen soll oder steh' lassen würde ich denn da nicht? Ja, nehm ihn. Ja, nehm ihn mit. Das heißt, da müssen wir sowieso extra fahren nochmal. Das habe ich ja gesagt. Ich muss zwar fahren. Ah. Let's check it. Da müsste es eine Möglichkeit geben, Bäume zu entfernen. Oder in größeren Graden. Bei einem größeren Graden gibt's sicher. Dann wäre es vielleicht möglich gewesen. ... So, wir wollten es blanken. Holzplanken sind ja die Großen, oder? Holzplanken sind die Großen, die kriegt man nicht auf einen Lader drauf, äh, zwei. Oh ja. Da ist ja zwei drauf. Okay. Das Problem ist, ich habe keinen zweiten Anhänger, den ich nehmen könnte, sonst würde ich leider helfen mit der Mission, dass wir da einmal fahren müssen. Mal schauen, ob ich mal einen kaufen kann. Was hast du da jetzt geladen? Ich bräuchte deine Hilfe. Okay. Bin schon wieder umkippt, an einem Stein. Boah, du steckst noch immer da. Boah, wo musst du hin, bitte? Ja. Noch einen entlege ich. Okay. Aber ich bin jetzt an einem geschissenen Stein umkippt, oder? Aber ich habe nicht gesehen, ich brauche echt noch bessere Winde. Aber ich möchte mich jetzt nicht bergen, dass alles nochmal da herfährt. Und du da bist. Okay, ich komme. Mit Raum. Es ist eh wurscht, ob ich so zweimal fahre oder du mitfährst, ist auch doppelt, also. Ja, ja. War jetzt kein Vorwurf oder nichts. Ich habe gesagt, okay, Raum. Nein, weil du gesagt hast, wir gern Anhänger. Achso, so meinst du, ja. Ja, stimmt, einer muss auf jeden Fall nochmal fahren. Mal schauen, wo kriegt man da überhaupt Stahl auf der Karte. Ich hätte jetzt auch einen tausend Mal einfach einen Weg gefunden. Boah, ich muss da runter. Stepp, oder? Ja, wenn es nicht geht, dann tue ich mich einfach zu setzen. Na, warte. Okay, ich probier's. Ich probier's. Ich probier's. Ich probier's. Ich probier's. Ich probier's. Ist aber das ist ein Weg? Ja, der Weg kommt erst. Jetzt fangt der Weg an. Das hat alles noch funktioniert mit dem Anhänger. Gleich zeigen, wo nicht. Schau, da war der Karte gerade zu. Das ist ein schmaler Weg. Da bin ich aber noch durchgekommen. Also da hat es mich dann nicht. Das Problem war einfach nur, dass ich abgerutscht bin mit dem Anhänger und in den Bäumen stecken geblieben bin. Ja, genau so. Und dann ist der Anhänger stecken geblieben. Aber nur ein Stück weit da vorne. Da bei den Steinen, wo du jetzt siehst, da ist er dann runtergerutscht in die Bäume. Ah ja. Da sieht man irgendwas, ja. Ah ja, plötzlich mit der Winde kann man das ja nicht raufholen. Wow. Ja, genau so. So. Guck mal das. Da kommt der Retter. So, wie machen wir das jetzt am besten? So. 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 Dann. Können. Das Ganze zum fünften Mal aufladen. So. So. Ich muss jetzt ein Anhänger für irgendwas. Wo? Wo es mich aufzarladet mit dem Holzanhänger. Bei der Holzstation. Achso, der Anhänger steht noch dort, oder was? Der Anhänger liegt dort, sagen wir mal so. Nein, die Fracht wird auch dort liegen, aber die kann ich nicht mehr holen. Nein, da kann ein Kran draus liegen. So. Jetzt ist es mal wieder aufgenommen, wenn wir schauen, dass ich den LKW jetzt überholen kann. Ich bin irgendwie du, um da ran zu fahren. Nein, vergiss es. Fick dich doch ins Knie. Was ist denn? Ja, ich bin wieder umgekippt, genau, an derselben Stelle. Jetzt mach ich das ganz anders. Jetzt fahr ich komplett neu. Natürlich. Ich bin wieder drin.